Gibst du deinem Pferd Raum, sich mitzuteilen? Hörst du deinem Pferd einfach mal zu? Schaust vielleicht, was es dir sagen will? Hier habe ich einfach gewartet, dass Shenda zeigt, sie wollte etwas gekraut werden. Das habe ich dann noch kurz gemacht, gehe zu ihr und frage sie, ob wir zusammen gehen wollen. Einen kleinen Schritt hat sie gemacht, dann hat man bemerkt, dass etwas juckt. Natürlich lasse ich sie erst mal sich kraulen, dann neigt sie sich wieder zu mir und ich frage, gehen wir los? Ja, sie kommt mit von sich aus. Und ja, dann frage ich, ob wir ein paar Schritte zurückgehen wollen. Und auch das macht sie gerne mit.